Hallo, ich bin Carolin Bormann von der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Potsdam. Was hat die Wirtschaftsförderung eigentlich mit dem Projekt Wir machen Schwarz 2030 zu tun? Naja, wir haben gehört, dass sich der Stadtteil mehr Belebung wünscht, zum Beispiel durch die Ansiedlung von Cafés oder anderen gewerblichen Ansiedlungen. Wir wollen dabei unterstützen und den Stadtteil noch lebenswerter machen. Zusammen mit dem Stadtplanungsbüro AG Urban arbeiten wir zurzeit an einer Studie, die uns zeigen soll, welches Gewerbe wo im Platz gut funktioniert und auch zu Ihnen passt. Wenn Sie sich zum Beispiel selbstständig machen wollen oder vielleicht sogar schon selbstständig sind, wollen wir dafür sorgen, dass Sie die Möglichkeit haben, Ihr Gewerbe im näheren Umfeld auszuführen. Wir wollen möglichst Arbeitsplätze im Stadtteil schaffen und eine Versorgungsinfrastruktur ermöglichen, damit Sie kurze Wege bei Ihren Erledigungen und Besorgungen haben. Die Ergebnisse unserer Studie werden in den Masterplanprozess mit einfließen und spätestens Anfang nächsten Jahres wissen wir genau, wie Gewerbe im Stadt funktionieren kann. Ich freue mich drauf!